Alles klar, jo, einen schönen guten Morgen, ich bin Paul, noch relativ neu vielleicht in der Podcaster-Szene, also es ist ja erst mein zweiter Workshop bei euch, ich finde es aber ganz großartig und freue mich hier zu sein. Ja, ich habe vor zwei Jahren mit zwei Freunden Audio-Guide.me gegründet, eine Plattform für Location-Based Storytelling, wie wir es mittlerweile nennen, früher haben wir immer gesagt, für ortsbezogene Audio-Informationen, also nicht nur Podcasts, ich hoffe, ihr erduldet heute den Exoten in eurer Mitte, als wir das immer so erzählt haben, ja, ortsbezogene Audio-Informationen, dann haben wir meistens in solche Gesichter hier geblickt, ich habe das einmal für euch eingefangen hier, so, dann haben wir Leute mal gesagt, ey, was ist das so? Deswegen habe ich mir eingewöhnt, ganz kurz einen kleinen Rückschwenk zu machen, um zu sagen, was für die grundlegenden Gedanken dabei waren. Und zwar kann man es, so wie der Titel es ja auch vermuten lässt, Orte und Worte, eigentlich auf diesen gemeinsamen Nenner runterbrechen. Wir sind mal früher, ich habe angewandte Kulturwissenschaften studiert, wir sind früher aufmerksam geworden, es hatte noch gar nichts mit Podcasts zu tun eigentlich, auf ziemlich viel so Stadtspaziergänge, Stadtführungen, ein Architekt geht mit irgendwem durch die Stadt und redet über Häuser oder die historische Altstadt XY und so und das wurde, das fanden wir eigentlich ganz cool, als wir das so gesehen hatten. Was uns nur total rätselhaft erschien, war die Distribution, also da seid ihr in der Podcastszene schon viel weiter. Audioguides werden heute noch gerne so vertrieben, dass man auf irgendeiner Unterunterunterseite so ein 150 MB SIP-Archiv anlegt und dann sagt, ja, ziehen Sie hier die 18 Stationen auf Ihren MP3-Player und dann haben Sie noch ein PDF zum Ausdrucken und dann können Sie durch unsere Stadt gehen und das haben wir gedacht, das ist eigentlich zu schade von der Qualität her zum Hören, als dass man es so verstecken muss und da entstand dann irgendwie der Grundgedanke, so eine Plattform mal zu bauen, die eben als Location-Based Service angelegt ist, also wir sind mit einer App gestartet, die kartenbasiert ist. Die wollte ich euch kurz einmal zeigen, damit ihr in etwa wisst, worüber ich spreche. Man startet so, also uns gibt es mittlerweile auf iOS und Android, die App zentriert sich dann immer um den eigenen Standort herum und zeigt nach Möglichkeit sozusagen Produzenten übergreifend die Inhalte, die wir schon georeferenziert auf der Karte um den Nutzer herum anbieten können. Das ist mittlerweile, ich komme aus Hamburg, in Hamburg ist schon ziemlich voll geworden, deswegen müssen wir uns jetzt laufend Gedanken um Filterbarkeit machen und sowas. Ich hatte da auch mal ein sehr interessantes Gespräch mit Tim über Kategorien, Hashtags und die ganze Trauer, die da mit zusammenhängt. Genau, also wir arbeiten hier mit einem Farbschema, das ist der erste Zugang, man kann sozusagen nach so Kategorien sortieren, aber Kategorien sind eigentlich wirklich nur ein Durchgangsstadium. Eine Hashtagsuche ist auch möglich in der App, dazu kann ich vielleicht später mal was sagen. Die nächsten drei Screens wollte ich euch auch noch zeigen, dann kennt ihr so das ganze Konzept dahinter. Wir fanden es immer spannend zu sagen, einerseits wir nehmen die ganzen offiziellen Stadtführungen und so weiter einer statt. Wir waren aber immer auch neugierig sozusagen darauf und es ist ein Experiment, es ist nach wie vor ein Experiment, was wohl passiert eigentlich, wenn man, also man kann in der App ja auch einen kleinen Aufnahmeprozess einbauen. Und wir dachten so, wenn wir es irgendwie schaffen, Leute zu adressieren oder dazu zu animieren, so vielleicht was ergänzend hinzuzufügen zu ihrer Stadt, dass das irgendwie ein interessanter Mix werden könnte. Dass wir auf der einen Seite so die ausproduzierten, ein bisschen aufwendigeren, gut recherchierten Inhalte haben und auf der anderen Seite durch so eine Community und so einen User Generated Ansatz irgendwie so eine, ja weiß ich nicht, so eine Kreativität mit auf die Plattform kommt, die einfach auch dazu animiert, dass man das so ein bisschen öfter nutzt, als man jetzt so quasi so Stadtspaziergänge, die benutze ich, wenn ich mal in einer anderen Stadt bin, aber wir hatten eigentlich Bock auf ne Anwendung, in die man immer mal wieder auch in der eigenen Stadt reinhören kann und von daher war klar, wir müssen irgendwie die Nutzer, wenn wir denn welche finden, so adressieren, da irgendwie mitzumachen und deswegen haben wir so ein bisschen auch so, also wir arbeiten auch mit Profilen, es gibt auch ne Mail-Login, also man muss sich nicht mit Facebook anmelden und man kann sich, also da erfinden wir auch das Rad nicht neu, wir arbeiten damit sozusagen Aspekten von sozialen Netzen, also man kann sich gegenseitig folgen, das ist ein interessanter Punkt vielleicht, wenn es später mal ums Kuratieren geht auch, so sieht so ein Player aus, man kann Beiträge bewerten, man kann Beiträge nach draußen teilen, also über Facebook und Twitter wird momentan nur ein Link generiert auf ne temporäre Unterseite dann, die zu unserem Player verlinkt, das kann ich auch gleich nochmal zeigen und ansonsten, ja da sieht man auch schon ein Hashtag, das ist der Aufnahmeprozess, beim Aufnahmeprozess muss man sagen, arbeiten wir mit einem Geofencing, das heißt wir fanden irgendwie den Gedanken, cool, wenn man aus der App heraus aufnimmt, dass man das wirklich nur vor Ort machen kann, also weil wir hatten so ein bisschen die Vorstellung, ja wenn man jetzt irgendwie rumspielt sozusagen, dass man dann so meinetwegen den ganzen Mount Everest bespricht an einem Samstagnachmittag von zu Hause aus, von der Couch aus, da dachten wir, das drückt irgendwie ein bisschen auf die Qualität, deswegen haben wir gedacht, diese Inhalte über den Mount Everest, die Hörenswerten, die kommen dann sozusagen über die Kooperationspartner und das wirkliche vor Ort, was vielleicht auch manchmal ein bisschen mit abträglicher Soundqualität, Autogeräuschen im Hintergrund einhergeht, aber man weiß so, okay, das ist wirklich eine Aufnahme vor Ort und ich habe euch einfach mal ein paar Geschichten mitgebracht, was so auf der Plattform passiert, damit ihr in etwa eine Vorstellung habt und habe später auch noch vor, über ein, zwei Podcasts zu reden, ja. So sind wir gestartet, ist jetzt nicht so super interessant, aber so, dass ihr in etwa versteht, mit welchen Kunden wir so angefangen haben, dass zum Beispiel die Mittelrheinbahn, die besitzt genau so einen Guide, der geht irgendwie von Köln nach Mainz, die fährt durchs Rheintal, das ist auch irgendwie Weltkulturerbe, das heißt auch ganz schön, da langzufahren und die haben wirklich ab jeder Station, haben sie getimt, immer den Fahrtverlauf bis zum nächsten Bahnhof mit Informationen aus der Gegend. Das fanden wir cool. Es kennt nur keiner, weil das eben durch erwähnte Distributionswege irgendwie ein bisschen unmöglich ist, sich das anzuhören. Und sowas haben wir auf der Plattform, ein ähnliches Beispiel zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr damit schon mal gefahren seid, die Schwebebahn in Wuppertal hat sowas auch. Sowas, damit sind wir im Prinzip angefangen. Das funktioniert natürlich auch auf wesentlich lokalerer Ebene, also hier ist ein Projekt aus Hamburg zum Beispiel, das ist über die Wallanlagen in Hamburg, da kann man einfach langgehen und dann hört man zu jedem Stadttor etc., hört man Informationen. Was ihr hier seht, sind unsere ersten Gehversuche im Web. Wir haben so ein Widget generiert, das läuft selber auf unserer Website nicht, sondern das ist erstmal was, wo wir ein bisschen mit rumprobieren. Das wird über ein iFrame generiert, den wir rausgeben und das zeigt wirklich dann nur Inhalte von einem Kooperationspartner an oder einem, ja weiß ich nicht, das lässt sich auch theoretisch, führt jetzt für heute ein bisschen zu weit, aber es lässt sich theoretisch auch unter einem Hashtag verschlagworten und dann würde es quasi die Inhalte abbilden, die unter einem Hashtag User Generated oder kooperationsseitig in dieses Widget gespült werden. Das ist eigentlich glaube ich auch eine ganz coole Sache, aber da können wir uns dann vielleicht noch später darüber unterhalten, wenn ihr Bock darauf habt. Ich habe euch noch ein paar Geschichten mitgebracht aus unserer kleinen, aber feinen Community. Das ist zum Beispiel ein cooles Beispiel gewesen, auch relativ gleich am Anfang, das ist eigentlich eine Bloggerin aus Hamburg, die es sich so zur Aufgabe gemacht hat. Ich glaube Hamburg hat irgendwie zweieinhalbtausend Brücken oder so und die hat einen Blog, in dem sie jeden Tag eine Brücke in Hamburg porträtiert hat und das schon seit einer ganzen Zeit und die haben wir mal kennengelernt und haben sie dann irgendwie für unsere Plattform gewinnen können und inzwischen ist es so, dass quasi diese ganzen Brücken in Hamburg nach und nach auch vertont werden. Sie hat jetzt leider gerade mit dem Projekt aufgehört, von daher wird es da erstmal nicht mehr zu geben. Es sei denn, jemand hat Lust, sich mit Hamburger Brücken zu beschäftigen, dann kann er da wahrscheinlich gerne anknüpfen gleich wieder. Aber das sind so zum Beispiel so Sachen, wo man eigentlich sagt, okay, durch die Zunahme an normalen Nutzern gewinnt man einfach eine unglaublich interessante und alternative Perspektive, glaube ich, auf Städte. Und das lässt sich ja unter jedem Hintergrund eigentlich weiterdenken. Also hier ein anderer absoluter Lieblings-User von mir aus Aachen, der ist zum Beispiel gerade dabei, einerseits Kunstautomaten in der Stadt zu besprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so umgebaute Zigarettenautomaten, in denen man so lokale Kunst kaufen kann. Das ist ganz cool, da recherchiert er dann zu. Oder vertont zum Beispiel auch Stolpersteine, die in Aachen gesetzt wurden mit der Geschichte dahinter und verortet die. Das sind coole Sachen. Ansonsten, jetzt habe ich noch eine Berliner Geschichte mitgebracht. Sie fängt an mit einem Klo. Und zwar haben wir am Anfang gemerkt, das benutze ich manchmal so ganz gerne, damit man so sieht, was es alles gibt irgendwie, ist ein Audio hochgeladen worden, das hatte den Namen Toilet Flush at Festsaal Kreuzberg. Und da war nur das Geräusch einer Klospülung drauf. Und dann haben wir so gedacht, ja, finden wir das jetzt cool? Hat das auch einen Platz? Da ist das auch ein Zugang, um eine Stadt zu beschreiben? Ein paar Wochen später, das ist jetzt vor zwei Jahren ungefähr gewesen, ist das hier passiert so, dass der, wie ihr wahrscheinlich wisst, der Festsaal Kreuzberg ist abgebrannt. Und dann haben wir uns an dieses Audio erinnert und dachten so, ah, es hat jetzt auch so eine Art von Soundarchiv-Funktion und wollten diesen Fall mal, diesen speziellen Fall. Nein, nein, das tun wir nicht. Nein, aber so vom Gedanken her haben wir gedacht, okay, das ist auch irgendwie so eine Archivkomponente, die war uns noch gar nicht klar. Und dann haben wir den mal angeschrieben und haben gefragt, ob wir mal seine Geschichte da in Zusammenhang mit dem Brand eben auf unserem Blog vorstellen können. Und dann haben wir eine Mail wiederbekommen, von dem, der sich sehr gefreut hat, dass quasi seine Arbeit so wertgeschätzt wurde. Aus der Mail habe ich euch mal wirklich nur kurz einen Auszug mitgebracht, damit ihr seht, wie leidenschaftsgetrieben Leute hier in ihren Hobbys unterwegs sind. Und er hat so unter anderem geantwortet, jede Toilettenspielung ist einzigartig in ihrer Klangfarbe, Tonalität und Rhythmik. Ich bin der Ansicht, dass die Heranführung von geneigten Hörern und Hörerinnen an die klangliche Vielfalt von Toilettenspielungen die Ohren für im Alltag sonst einfach über hörte Klänge öffnen kann und die Ästhetik der Toilettenklänge einen maßgeblichen Einfluss auf unsere Wahrnehmung begründet. Naja, und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen. Das ist so ein Punkt, das weiß keiner vorher. Und erst, wenn man Leuten, glaube ich, die Möglichkeit gibt, irgendwas zu machen, erfährt man davon, dass es sowas gibt. Und er hat uns dann noch einen Link zu einem Soundcloud-Profil geschickt, wo, ich weiß nicht mehr genau, 95 andere Toilettenspielungen aus Deutschland verortet wurden. So. Hier habe ich noch so ein... Ihr lacht, das ist gut. Ich dachte, euch geht es zu wenig um Podcast. Deswegen habe ich hier gedacht so, wann redet ihr jetzt endlich über Podcast? Jetzt. Okay. Wir haben so gedacht, okay, das sind zwei Komponenten, die adressieren wir schon und sind dann im Laufe des letzten Jahres eigentlich auf Podcasts erst aufmerksam geworden. Also ich habe es ja eingangs erwähnt. Frühjahr war mein erster Workshop hier und seitdem haben wir einfach unheimlich viele tolle Kontakte aufgebaut und Leute kennengelernt. Also sowas, wenn es um die Beschreibung von Regionen geht oder Orten. Also wir sind zum Beispiel mit am Anfang gleich dabei war der Schleswig-Holstein-Podcast. Ich habe das mal rausgespielt so, nur damit man mal sieht, was das für eine Vielfalt ist. Das ist ein Podcast, ich weiß nicht, wer den kennt, aber Henry Krasemann aus Kiel, der beschreibt wirklich jeden Ort in Schleswig-Holstein, fährt dahin, führt kleine Interviews mit den Leuten vor Ort und das bieten wir irgendwie an. Ich sehe hier, der Betreiber des Luftpost-Podcasts ist auch anwesend, der ja auch schon relativ früh bei uns war, fand ich auch richtig cool. SoundScene Stuttgart ist ein altes Projekt, was es nicht mehr gibt, was wir aber nachträglich quasi auf die Plattform geholt haben und georeferenziert haben in mühseliger Kleinarbeit im Stil einer Manufaktur. Das auch einfach nur mal so als Eindruck, wie viel das ist, was da zu Orten vorliegt. Und ich denke, klar, unser Anspruch ist es, eine gute Filterbarkeit zu gewährleisten und einfach möglichst viele interessante Leute zu bündeln. Ein weiteres interessantes Projekt ist heute auch anwesend, ist von Brigitte Hagenhorn, der Mauerfall-Podcast. Das ist auch, finde ich, so ein richtig schönes Beispiel, so, was man da machen kann. Also ich weiß nicht, wer das schon gehört hat, auf jeden Fall sehr hörenswert. Brigitte hat mal anlässlich des Jubiläums des Mauerfalls, war das, Zeitzeugeninterviews geführt mit Leuten, die zur Zeit des Mauerfalls an den Grenzübergängen gewohnt haben. Und wir haben das sozusagen georeferenziert. Das ist jetzt vor Ort quasi hörbar in der App und über das Widget unter anderem ja auch bei dir auf der Seite. Freuen wir uns sehr. Ein anderes Beispiel von jemandem, den ich letztes Jahr kennengelernt habe. Branko, der macht den Wasserdrachen-Podcast aus Paderborn. Der ist, glaube ich, leider verhindert. Das ist auch jemand, der einfach mit total viel Liebe ja letztendlich zur Lokalität und zu Paderborn, Dinge in Paderborn recherchiert. Und ich glaube, da ist es mittlerweile sogar so, dass irgendwie die Stadt Paderborn darauf aufmerksam geworden ist und ihn mit quasi irgendwie eingebunden hat. Wie das genau ablief, hätte er euch jetzt gut selber erzählen können, aber er ist leider nicht hier. Aber viele Grüße an der Stelle. Dieser iFrame, der lässt sich natürlich nicht nur auf der eigenen Website einbinden, sondern man kann ihn auch weitergeben. Und das wäre genau im Fall von so einem Wasserdrachen-Podcast-Beispiel aus Paderborn der Fall, dass man sagt, okay, wenn jetzt die Stadt oder ein anderer Blog oder ein Online-Magazin Interesse an solchen Inhalten hat und an dieser Medialität auf der Seite kann man den iFrame auch einfach weitergeben. Derjenige kann sich das einbetten und hat auch gleich dieselbe Funktionalität. Also hinter jeder Pinnadel fährt sich dann ein Player aus der Seite. Es sind nicht nur die Pins, die wir da zeigen. Ein letztes Beispiel, um auf Kollaboration zu sprechen zu kommen, aus Berlin. Drei Projekte, die auch schon bei uns sind. Ich glaube, Felix, ich weiß nicht, ob der schon hier ist, der ist ja Teil von Kiez FM auch. Die haben ein ziemlich cooles Projekt gemacht über die Dütmann-Siedlung. Heißt die so? Ja. Düti? Bekannt? Nein. Gut. Da haben die Leute aus der Siedlung porträtiert, die ihre Geschichten erzählen. Das zweite Projekt ist ein Projekt von Nikolas Seemarkt. Das nennt sich Kiez-Rekorder. Die machen Porträts auch in ihrer Wohn- und Lebenswelt. Und Kiez-Radio ist ein Projekt von Christian Grasse. Der ist heute, glaube ich, leider auch nicht da. Aber da ist mir so aufgefallen, einerseits, okay, die heißen alle relativ ähnlich. Und dann habe ich mal geguckt, wo sind die eigentlich? Und das ist alles in etwa Kreuzberg, Neukölln und Wrangel-Kiez, heißt es, glaube ich. Und da könnte man zum Beispiel, ich habe ja über Hashtags am Anfang gesprochen, so eine Karte auch kollaborativ füllen. Das passiert momentan noch nicht. Aber wenn sich Projekte zum Beispiel absprechen und sagen würden, okay, unter dem Hashtag porträtieren wir jetzt, was weiß ich, lokale Akteure. Also die haben da Interviews mit dem Betreiber von einem kleinen Kaffeestand in der Markthalle oder einem blinden Klavierlehrer, der da über seine Arbeit erzählt zum Beispiel oder eine Frau, die eine Bar gegründet hat und so. Und sowas lässt sich eben auch kollaborativ befüllen, so eine Karte. Das heißt, nicht jeder muss sozusagen seinen eigenen Space da machen, sondern man kann zusammenarbeiten. Das finde ich auch noch ganz cool. Das sehe dann eventuell, ich habe es mal versucht so aus, aber wie gesagt, da sind wir natürlich auf die Zusammenarbeit mit den Leuten angewiesen. Dankeschön. Bin ich in der Zeit geblieben? Okay, vielen Dank. Ich ergreife mal gerade einfach selber das Mikro. Sehr, sehr cool. Cornelis von den schönen Ecken hatte mir immer mal erzählt, dass das irgendwie ein Ding ist, was er mir mal anschauen sollte. Ich habe es noch nie angeschaut. Das ist total überzeugend und sinnhaft. Danke. Also ich muss euch ein bisschen auch einen Satz, wollte ich eigentlich auch noch sagen. Der Player zum Beispiel wird hier unter Garantien keinen Ansprüchen gerecht werden. Da sind wir dran. Vieles ist noch ein bisschen scheiße, aber es wird ein bisschen besser. Ja, aber so euer Artwork beispielsweise, jetzt hier so eine Stadtkulisse irgendwie so als Wellenform und sowas. Ich habe gerade eben mal die App installiert und ein bisschen hier so in der Umgebung ausprobiert. Es sind so ein paar Ecken drin, wie den Rekord-Button, muss natürlich rot sein und sowas. Aber gut, Details, daran kann man arbeiten. Sehr, sehr schick. Kommentare dazu. Ja, ich weiß, wir müssen uns immer alle dafür schämen, dass unsere Wohnungen Geld kosten und unsere Kühlschränke sich nicht von selbst füllen. Aber kannst du vielleicht noch irgendwas zu irgendeinem Monetarisierungsmodell oder sowas sagen? Oder habt ihr euch darüber noch gar keine Gedanken? Doch, also mittlerweile, also wir versuchen, das hauptberuflich mittlerweile wirklich zu betreiben. Deswegen ist es voll der wichtige Punkt. Ich finde auch nicht, dass das irgendwie, also darum sollte man sich lieber früher als später kümmern, weil sowas ist, glaube ich, ansonsten nur so nachhaltig zu betreiben. In Bezug auf die vorgestellten Projekte muss ich allerdings sagen, noch nicht. Da würde ich auch gern mit euch drüber reden. Was wir machen, ist diese touristischen Szenarien. Da haben wir gesagt, die Teilnahme an der Plattform, also die Plattform ist über Android und iOS als großes Ganzes erreichbar. Da sind alle mit drin. Die Widgets spielen wir momentan quasi aus und dann gibt es nur Inhalte von einem Kooperationspartner. Das ist zum Beispiel was, was wir an touristische, so wie Städte-Marketings, Touristikbüros und sowas wirklich verkaufen, damit die das auf deren Seite laufen haben. Das ist dann auch ein gefühlter Mehrwert für die Seite. Früher war es immer so, wir dachten mal, wir könnten durch so ein Premium-Profil in einer App da irgendwie monetarisieren. Das ist aber eine ganz schlechte Idee, weil du hast da coole Inhalte von irgendwie meinetwegen einem Architekten und dann soll das Geld kosten. Das ist totaler Unsinn. Sobald eine Stadt sowas auf der Seite hat, ist sie eigentlich auch gewillt dafür, was zu bezahlen. Das ist ein Weg. Was wir jetzt noch gemacht haben, ist, das muss ich ganz kurz ausholen. Also wir sind öfter gefragt worden von zum Beispiel Verlagen. Wir machen auch viel mit Hörbuchverlagen. Also die erzählen zum Beispiel Ausschnitte aus Regionalkrimis an den Orten der Handlungen und so weiter. Ob man daraus nicht eine App nur für den Verlag machen könnte, die sich einfach im Sinne des Verlages ein bisschen spitzer vermarkten lässt. Meinetwegen so ein Berlin, also Literatur der 20er Jahre aus Berlin oder so. Das kannst du auf unserer Plattform alles abbilden, aber der Verlag würde nicht seinen Hörern oder Lesern sagen, geht mal in die App, gebt mal Hashtag sowieso ein und erzeugt euch dann eine Karte. So groß sind wir nicht und das können wir nicht fordern und außerdem müssen wir auch ein bisschen Geld verdienen und deswegen haben wir gedacht, okay, dann machen wir daraus White-Label-Apps. Die Basis der Inhalte ist aber immer die Plattform. Das heißt, wollen die eine White-Label-App haben, müssen sie auch Teil des großen Ganzen werden. So wollen wir eigentlich sicherstellen, dass sich das nicht irgendwie auffrisst, so gegenseitig. Das sind die ersten Ansätze, wie wir monetarisieren. Ich würde mich aber natürlich freuen, wenn wir schon eine Lösung hätten, den ganzen, quasi die ganzen Inhalte, die nutzerseitig leidenschaftsgetrieben da reinkommen, auch irgendwie zu vergüten und uns das natürlich dann irgendwie, naja, da müssen wir mal gucken. Also ich denke, es könnte irgendwie auf eine Zusammenarbeit mit Städten hinauslaufen, weil ich glaube, die Projekte, also eine Stadt kann froh sein, wenn sie solche Projekte einbindet, weil sie diese Tonalität und diese Ansprache selber gar nicht leisten kann. Das dauert aber, aber das könnte so, da bin ich eigentlich halb optimistisch. Ja, das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, da irgendwer in Werbung vorzuknallen oder sowas. Nee, also das kann ich auch komplett ausschließen. Das ist scheiße. Also das finden wir, so soll das nicht sein. Weitere Kommentare? Gibt es irgendeine Möglichkeit, sich benachrichtigen zu lassen, wenn in einem bestimmten Gebiet neue Folgen erscheinen? Also um diesen Podcast-Abo-Gedanken vielleicht nochmal aufzugreifen? Ja, das ist ein richtig cooles Feature. Das macht total Sinn. Wir hatten das ganz am Anfang drin. Da hat die App aber einfach immer nur sich kurz einmal angemacht, hat gefragt, ist irgendwas im Umkreis und hat dann sozusagen so eine geobasierte Push-Notification ausgegeben. Das war für den Anfang cool. Mittlerweile nervt das, weil es ist zu viel. Wir werden das Feature aber wieder einführen und zwar dann so, dass es nur sich bei deinen Interessen meldet. Das heißt, Leuten, denen du folgst, also die du abonniert hast oder Interessensgebiete. Dass es nur losgeht meinetwegen bei Historie oder bei Stadtgeschichte irgendwas oder so. Also das wollen wir schon machen. Auch in meinem Gebiet oder wenn ich sage hier in dem Umkreis, wenn da was Neues erscheint? Ja, in dem Umkreis ist es sogar verhältnismäßig einfach. Also wir sind gerade eher dabei, das sogar interessensbasiert zu machen. Umkreis, ja, auf jeden Fall auch. Aber wie gesagt, ist es schrittweise. Also, danke. Ja. Mal rein Interesse. Ich habe zwar keinen passenden Podcast dafür, aber wird es da irgendwie API-technisch irgendwas geben? Also ich stelle mir das zum Beispiel interessant vor. Es gibt ja die schönen Ecken, wurde ja schon gesagt. Und es gibt ja immer diese Diskussion gerade jetzt mit, nicht Soundcloud, wer ist denn dieser Schießmichtod und so weiter und so fort, dass es vielleicht irgendwie eine Schnittstelle gibt hin und her. Das heißt, wenn man bei euch ist und man sieht, da ist jetzt ein Punkt, da ist jetzt ein Spot, da hat schöne Ecken was dazu gemacht, dass man vielleicht inklusiv Link oder da hinkommt zum Podcast oder irgendwie so und das sich dann direkt anhören kann. Also was wir schon machen ist, jede Audiodatei hat mittlerweile einen Link da drunter, also einen Beschreibungstext gibt es auch und so. Ich weiß nicht, ob du das meintest. Also zum Beispiel eine schöne Eckenfolge, wenn du die bei uns auf der Plattform hörst, kannst du auch sofort über einen Link auf das Projekt raus ins Web gehen. Das haben wir auf jeden Fall schon. Was wir noch nicht haben ist, also die Zusammenarbeit mit uns erfolgt momentan noch sehr händisch. Also wir haben ein Upload-Interface uns gebastelt und freuen uns, wenn da auch mal Geo-Koordinaten schon drin landen. Ansonsten das meiste, was ihr auf der Plattform seht, ist wirklich per Hand referenziert, weil es einfach Geo-RSS ist einfach ein interessantes Feld, aber ist noch Frühphase. Da würden wir uns aber total freuen, wenn es da irgendwie ein gemeinsames Interesse gäbe, da weiterzumachen. Warte mal ganz kurz, du hast vorhin gesagt, man kann nur aufnehmen, wenn man an dem Platz ist. Kann man hören von überall oder auch nur? Ja, wir hatten das ganz am Anfang, dass man dahin gehen musste, um was zu hören und dann sind wir gestartet mit so ungefähr 500 Audio-Files auf einer Deutschlandkarte und die waren alle in ihrer Hörweite, haben wir es damals genannt, begrenzt auf 500 Meter. Das ist die blödste Idee gewesen, die wir jemals hatten, weil da nur unzufriedene Leute waren, die gesagt haben so, ey, ich fand das Konzept cool, aber draußen regnet es und ich latsche doch jetzt nicht hier eine Viertelstunde, um mir einen MP3 anzuhören. Da mussten wir uns dann leider wieder von verabschieden. Aber später das mal wieder einzuführen, optional, so für Schnitzeljagen, Stadtspiele, sowas kann man damit ja dann machen. So meinetwegen hier, verhöre den Hafenarbeiter und dann muss man da hingehen und dann hört man, was der sagt und dann geht es irgendwo weiter. Darauf haben wir auch Bock, aber dafür sind wir viel zu klein momentan, um sowas machen zu können. Ja. Okay, wir müssen fortfahren. Sehr, sehr cool. Ich habe gerade einen Haufen Gedanken in meinem Kopf. Das ist doch schön. Sollten wir nochmal reden. Okay, danke für euer Interesse. Danke.